Pflückerbaum? Hallo, Herr Pflückerbaum. Hier ist der kleine Timi. Ach, Timi, hallo. Ich habe heute ein Eis gegessen. Ah! Eine Kugel Vanille. Ah! Eine Vanille. Was heißt nicht Vanille? Hör mal auf mit... Redet nicht so ein Quatsch. Wie heißt es Vanille? Bist du bescheuert oder was? Ein Knalligehörter oder was? Ja. Mal und weiter jetzt. Wie geht es weiter? Ich bin so eine Kugel Schokolade. Und das war so egal. Da habe ich mir noch ein bisschen Kugeln ausgegessen. Und danach musste ich aber Pipi machen. Und dann hat mich meine Mama hat mich die Hose runtergezieht und hat mich hochgenimmt. Und dann habe ich Pipi gemacht. Ganz viel, ganz viel Pipi. Das sprudelte nur so raus. Das ist mein Pipi-Mann. Und dann kam aber leider ein ganz dover Wind. Ganz doll. Hat kein Wind. Und dann kam die Pipi zurück. Zurück geschießt. Mit dem Wind. Und der Mama dann ins Gesicht. Und dann habe ich mich so doll erschreckt, dass ich da gekackert habe. Und dann schoss die Kacke aus meinem Arschloch. Und dann kam aber wieder der Wind. Und dann flog die Kacke mit dem Wind meiner Mama ins Gesicht. Boah, das war so ekelhaftig. Dann hat sie mich losgelassen. Und dann bin ich auf den Boden geklatscht. In meine Pipi rein. Dann hat das gespritzt. Und dann hat das der Mama alles ins Gesicht gespritzt. Und dann war sie so sauer auf mich. Wer war denn? Dann hat sie mich angeschreit. Und dann... Dann habe ich ganz doll weinen müssen. Das war nicht so schön. Tschüss. Tiv... 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 Ty... Vielen Dank.